Hey! Hey, wo bist du heute? Haken! Also das hier ist die Louder Stage und das hier ist die Crowd. Also noch nicht, aber gleich. 14.30 Uhr wird dann gerockt für eine Stunde. 14.30 Uhr Ok, los, los, los! Verliebt dich nie, nie, nie! Sie was liebt, wenn die Welt alles liebt! Herzen Brotten! Kannst du mir das Bier reingeben, ne? Prost! Prost! Die Ewigkeit kann lange sein, da schickt man sich schon mal rein. Das war der Tag, an dem die Katar sich betranken. Der Tag hat's alles seinen Anfang nah. Hoch die Tasse! Auf die Tasse! Der ist ein unauffälliger Hai dabei! Du hast ne Scheißidee! Wuuuuh! Ja! Los, mal los! Los! Los, mal los! Los, mal los! Los, mal los! Los, mal los! Los in the middle! multiplayer! Boa, Boa! Saranzanzanzanzanzahl! Hm when I vast is up, you missön, چー! Oh, well, got me永 ما konnte, Die Teufelskanz! Die Teufelskanz! Die Teufelskanz! Das war hier im Pro! Das war wohl! Hier im Pro! Goal! Soal! Goal! 1, 2, 3, 4! Fick dich! Biss! Also ich hab ihm 30 geschafft! Muss mal Alexander aufnehmen beim Liegeschütze machen, da hatte mal Sean auf dem Rücken dabei. Aber andersrum machen wir es genauso. Ja, eure Sexspielchen waren wir jetzt hier nicht dokumentiert. Ne, ich meine, mein Bizeps ist so heftig, dass ich halt Alex auch... Ja, mein Bizeps war mal heftig. Ich habe schon kennengelernt, war schon bis in die letzte Haarspitze durchtrainiert. Ich muss wieder anfangen. Mit deinem Waschbrettboch gibt's den noch? Kein Waschbrettboch. Warte, warte, warte. Hier ist die erste. Zweite. Dafür hat's schon jetzt Haare auf dem Bauch. Ist ja auch nicht schlecht. Vorher waschbrett jetzt Haare. Zu meinem Konzept her. Hey, da sind sie die Süßen. Wie zwei Prachtschwäne. So Leute, Rückblick zum letzten Jahr. Weittauchwettbewerb. Jetzt kommt der Rückblick. Oh yeah. Ich fühl das ja nicht. Ich brauche es mir nicht raus. In der Hand. Ich hab einen Fisch gefangen. Okay, los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Okay, wer macht das Rennen? Wird spannend. Oh. Wow. Yeah. Volle Fahrt, hart am Wind. Niemals leben wie ein Hund. Nur wer wacht, der gewinnt. Jetzt lieg ich hier auf dem Grund. Das war mir die Freiheit wert. Machst du eine Gewerkschaftliche Pause oder was? Kreative Pause. Ah, verstehe. Ich habe eine Minute. Okay. Ja, gönn dir. Nutze sie mit Bedacht. So sieht's aus wenn Alke Pause macht. Prost. Aussehen. 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 Yeah. Versaun. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Vielen Dank.